So, willkommen zurück zu Farmer's Dynasty. Das müsste Folge 45 sein. Und wo ist der Hund hin? Ich habe denen doch eine Wurst gegeben. Folgt der mir? Nein. Ich habe extra beim Nachbarn hier Grillwürstchen gekauft, damit ich den armen Rex füttern kann. Bin ich gespannt, ob der bei mir auf dem Hof in der Hütte sitzt. Äh, natürlich nicht. Gut, schl-blöd. Blöd irgendwo. Eventuell sitzt er jetzt woanders. Hm, hm, hm. Kommt dann. Ab ins Bett. Wir schlafen mal eine Runde. Das war ein super langer Schlaf. Sind jetzt neue Aufträge dazu gekommen? Ich sehe keine. Wir springen runter. Und die Hütte leer. Enten und Gänse sitzen da rum. Da ist ein Gänse-Ei. Keins, keins, keins. Enten. Habt ihr Eier dabei? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das am günstigsten mache, um bei denen zu schauen. Hätte ich die nicht wegnehmen dürfen? Würden die brüten? Dann melken wir die Kühe. Dann melken wir die Kühe. Da, da, da. Flup, 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 flup. Komm, komm, komm. Okay, von der Seite anfangen ist irgendwie scheiße. Verliere ich den Überblick. Los, los, los. Dann nur noch die Eier abnehmen. Und mal im Gewächshaus schauen. Heute soll ja gutes Wetter sein. Deshalb spekuliere ich drauf, dass ich mal ein paar Aufträge bekomme. So ein Regentag könnte man auch super nutzen, um Frauen anzuflirten. Und sofern ich die finde und die nicht irgendwie verschwunden sind, weil es regnet. Gut, Hühner auch fertig. Gewächshaus. Nichts. Aufträge. Körbissouvenein. Tomaten. Oh, ja. Referiere ein Gebäude und Transport. Ups. Nein. Falsch. Aussteigen. Markieren. Ich nehme den Transportauftrag an. Dann renne ich zu dem Referatorauftrag. Und hoffe, dass ich so beide Aufträge bekomme. Nicht, dass die nachher verschwinden. Kommt, wehe. Wehe, du rennst weg. Der rennt. Leute, lauf doch nicht weg. Ich brauch Aufträge. Bleib stehen. Nein. Jetzt. Gut. Lasst uns reden. Guten Morgen. Epic Rider. Schönes Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Also gut. Ich bin auch auf der Suche nach Arbeit. Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Jawoll, mache ich doch. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So. Und gleich weiter. Hierhin. Na. Wo habe ich markiert gerade? 700 Meter. Boah. Was kostet das Feld? 42. Okay. Oh. Können wir noch eine Weile sparen drauf. Ich hoffe, dass das so einfach schneller geht, als wenn ich hier mit dem Auto erst herkutschiere. Oh, und ein Pilz gleich mal noch gefunden. Da, da. Auch ein Feld. Oh, gleich sind wir am Ziel. Nur noch Auftraggeber finden. Da, wait. Hi, wait. Noch nicht. Entschuldigung. Du bist ja fertig, komm. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Yo. Was denkst du? Klingt super. 1200. Hört sich gut. 200. Auf jeden Fall. So, dann werden wir mal das Werkzeug auspacken, hier. Gleich mal über den Mist klettern. Okay, das können wir wahrscheinlich dann nachher von oben machen. Hier, Tür-Einfassung. Erstmal die Wände zuspachteln. So, sieht schon mal okay aus. Tür zu. So, kleiner Kuhstall. So. Dann noch nach oben. Nägel rein. So, hier die Wand noch, Dach auch. Du wirst hungrig, wie hungrig denn Milch, ah, komm, ein Ei, pam, pam, pam. Mauer auch, hier sieht's gut aus, weiter mit dem Dach. So. So, alles fertig. Dann schauen wir mal, wo ist to wait. So, wait. Danke, hier ist etwas für dich. Ja, her damit. So. Gut. Äh, wo war mein Lieferauftrag? Transport Tomaten. Und noch eine Transportmission. Komm. Dann klicken wir das an. Pickup. Wenden. Dann werde ich versuchen die Transportmission auch noch schnell anzunehmen. Dann liefern wir einfach Wildpakete. Jackson, du bist nicht der Auftraggeber. Okay, kurz schauen. Muss irgendwo hinter mir sein. Komm, komm, aussteigen. Okay. Großer Hof. Heavigil. Okay. So. Ups. Ich muss noch weiter. Waren wir auf dem falschen Hof. So. Ja. Hier. Hier. Ey. Carter. Wir reden später. Och. Komm. Dreh dich um. Tag. Guten Tag. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Jawohl. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, schön. Tür wieder zu. Dann gucken wir mal. Also. Einmal da, einmal da. Na, fahr mal erstmal da hin. Die stehen einfach mitten auf dem Feld rum. Mitten auf der Straße. Na ja. 600 Meter. Ich fahr querfelt ein. Oh, Gott. Vorsicht. Bäume. So. 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 Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Hier ist es. Ja, damit. So. Einsteigen. Und. Kürbis zu. Wenn nein. Dann erstmal nach da oben. Okay, erstmal dreieck abfahren. Da, 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 da. Tra, la, la. Eine weite Strecke jetzt gerade. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ankunft in New Fields. Ähm, scheiße. Ich hoffe, da drüben kommen wir besser durch. Da, 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 da. Nächste Querstraße. Links abbiegen. Ähm, Straßeende. Ah, gut. Hier. Oh, Gott. Hallo, Lydia. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Hier ist es. Äh, danke dir. So, dann. Einmal da. Einsteigen. Dann jetzt erstmal. Zum Stern. Wobei. 20 Minuten sind rum. Ich beende mal die Folge hier. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.